ja hallo herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder euer gamecollector heute gibt es mal wieder ein 4k steelbook unboxing und zwar ich habe post von amazon bekommen und zwar ein horrorfilm ist bei mir angekommen und zwar winnie der poo blood and honey teil 2 lief ja auch im kino der erste teil war glaube ich schon ein kleiner erfolg er hat jetzt schon eine treue fangemeinde und ich fand ihn auch nicht einmal so schlecht ist mal wieder was anders ist mal ein anderes horror genre mal wieder und zwar ich habe jetzt hier teil 2 das ganze von play und pictures veröffentlicht einzeln unboxing zum ersten teil hier habe ich auch schon gemacht das hat ja noch eine prägung und eine beleuchtung also wenn man es ins licht hält leuchtet das ja habe ich ja schon gezeigt legen wir es mal zur seite natürlich werde ich das ganze in den abspann mit rein packen das jeweilige unboxing dazu zu mal ein bisschen ran so schaut das ganze aus würde sagen wir verlieren keine zeit und packen es gleich mal aus der trailer sah schon mal vielversprechend aus ich glaube noch blutiger als teil 1 so wir haben hier leider nur ein mattes die book haben sie wieder ein bisschen gespart aber dafür haben richtig geiles artwork das schaut klasse aus technische informationen haben wir hier natürlich das ganze in 4k geht direkt dort weiter wo teil 1 aufgehört hat wie die puh und ferkel wollen sich an christopher robin rächen weil es die existenz dieser fabelwesen oder dieser fantasiewesen eben preis gegeben hat so schaut das artwork aus ja es ist matt gehalten schaut aber klasse aus eine prägung wäre hier geil gewesen hier die zwei das wäre schon schön gewesen aber naja das ist meckern auf hohem niveau so dann haben wir hier den honigtopf stellen frei ist das ganze auch und dann haben wir hier den innendruck der kann sich auch durchaus sehen lassen wenn wir hier einmal die 4k scheibe hier mit einem schönen artwork und die normale blu-ray die ebenfalls ein schönes artwork hat unterschiedlich das lobe ich mir das ist klasse so muss ich mal gucken wir haben hier einmal winnie pooh und rechts jetzt muss ich mal lügen ist es ferkel oder ist es ja ich weiß nicht oder ist es ticker keine ahnung ja ich glaube es könnte ja sein weil er hat den schwanz so schaut das ganze aus ja spiegelt heute extrem aber trotzdem sehr schöner innendruck und dann haben wir hier von der vorderseite dass die book ja kann man durchaus machen auf jeden fall klasse ich freue mich auf dem film mega gespannt mir der erste teil schon sehr sehr gut gefallen und jetzt haben wir auch teil 2 also wer natürlich beides die buchs zu hause hat der kann sich auf jeden fall mal glücklich schätzen weil sind schon zwei schöne horrorfilme ein neues horror genre ja schreibt es mal die kommentare hat euch teil 1 gefallen wenn ja werdet ihr euch teil 2 angucken natürlich wahrscheinlich schon wenn euch teil 1 gefallen hat würde mich auf jeden fall mal interessieren und wie euch natürlich das die book gefällt aber ich behaupte mal beides die buchs schauen klasse aus also in diesem sinne sind wir durch mit dem video wenn es euch gefallen hat lasst auf jeden fall ein like da ein abo nicht vergessen die glocke zu aktivieren und wir hören sie uns dann zum nächsten unboxing also macht's gut ciao